guten morgen freunde freunde der radfahrenden zunft sag ich mal der bumi hat sich heute vorbereitet sportlich frühstück drin selter wasser mal sehen wie lange es reicht und ich möchte heute mal nach barbie fahren hier ein schöner ritt der arsch ist geschmiert mal sehen wie es hinkriegt also heute in der barbie wir gucken uns das mal an alles wie ich weiß hier salemündung die eisenbahnbrücken würde mich interessieren und meinen stempel stempel saale bündung und auch diese kirche und freunde wir sehen uns bis später kürzer dank sind sie offen klein gartensporte froh sind zwei ev gnadau landesverband sachsen anhalt was es alles gibt hier nicht sag mal ich habe brand wisst du wo hier irgendwie noch ein konsum ist oder was gnadau oder richtung barbie gibt es hier irgendwo einen konsum ich habe einen brand ach so ja da gucke ich mal vorbei danke der sagt nach polskull gucken was das ist polskull das müssen wir überraschen fahren wir mal hin nach naja guck ich mal bitte eine selterkrieg oder was da gucky wir weh weh Hier musst du auf jeden Fall in vorn. Ja, können wir gleich. Das ist geil. Das wird ein schöner Abend. Da werben wir uns kräftig. Das ist ein Vogel. Kann man hier noch vorgehen von der Probe bitte? Gucken, ob da er ist. Ja, ab und auf. Fahrt was, Herr Vogel. Los, was willst du denn? Tag. Tag. Mir haben sie gesagt, hier kann man eine Mineralwasser kaufen. Was? Ich verfahr' oder was? Mit deinem Fahrrad. Mit deinem Motorradclub. Wie Motorradclub? In der Motorradclub Bull School NC steht da groß dran. Kann man da keinen Flasche Wasser kriegen? Weil die haben mir mal erzählt, ihr seid gute Jungs. Komm erst mal rein. Wir gucken mal. Schön ist gut. Danke. Danke. Mach mal. Grüße. Ja, nochmal, ich bin hier mit dem Fahrrad unterwegs. Die haben mir gesagt, World School. Ja, klar. Die sind gute Jungs, die verkaufen mal eine Apfel- Brause, ein seltener Bierchen. Ich freut mich. Und hier wohnt ihr, ja? Wir wohnen, ja. Hier sind wir zu Hause. So ein schöner Saal, ja. Ja. Habt ihr noch mehr, ja? Ja, wir haben so eine schöne, eine schöne große Robi. Kratz. Kannst du mir mal seilen, das würde mich interessieren. Oh, ein paar Figurkunden hier, Junge. Ja, das ist das Rennen, ja. Rennen macht er hoch. Rennen machen wir hoch. Fahrrad hier? Ach nee, Motorrad. Abo-Rennen. Abo. Ah, das läuft. Schön, freu ich mich, dass ihr euch hier was draus gemacht habt. Hast du das alles gebaut? Nein. Och, geil. Das ist ja eine riesen Hütte hier, ey, alter. Na ja, schöne, schöne. Kann ich das mal mieten vor einem richtigen fetten Schein? Öh, natürlich. Geil. Kein Problem. Also ihr habt ja Künstler oder was hier. Wir haben Künstler. Oh, was ist denn das von Gemälde? Das war das Abendmahl. Das ist das letzte Abendmahl. Das letzte? Ey, das ist ja der Chef von euch, oder? Das ist unser Prezi, das ist Frank, genau. Ach, das seid ihr wohl? Ja, das ist wie jeder, der im Club drin ist, ist hier mit drauf. Und auch die Verstorbenen. Guck an, ich such dich gerade. Suchst du mich? Ich hab dir den Finger übergekommen. Ach, ja, 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 ja. Was ist mit dem denn da? Der hat ja eine Bock aus den Hand. Ja, der grillt gerne. Alter Schwede, was ist denn hier oben? Lemmy? Das ist Lemmy. Das war mal ein Geschenk. Und dann haben wir das so ein bisschen aufgehübscht. Schön, mit dem Bart. Das sieht richtig original aus, ja? Ja, ja. Dafür hat er seine Beinehaare und seine Arschhahre genommen. Ja, wie jetzt? Für seinen Bart hat er seine Arschhahre abrasiert und in sie sich geklebt bei ihm. Geil, den muss ich ja besuchen. So was stehe ich. Arschhahre rasieren und in sich kleben. Alles, alles. Ihr seid harte Jungs. Na auch. Gut, Freunde. Dann bedanke ich mich für die grüne Limonade und werde euch weiterempfehlen als Konsum. Das wäre cool. Super. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Freunde, habt ihr gesehen, wie die Respekt vor mir hätten? Ja, so ist das. Freunde, ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber ich denke, am Geburtshaus von Lemmy. Guckt ihr, hier ist er geboren. In Westen bei Barbie. Merkt euch das. Lemmy ist in Westen geboren. Hm. Da geht's ja. Das ist er. So Freunde, ich befinde mich jetzt in Wespen in der Holzschrotkirche und ich finde es sehr interessant hier. Ich hatte mir weniger vorgestellt. Man kann die Kirche betreten, kann sich das anschauen, kann Spenden da lassen, kann lesen wie das Holz erntet wurde. Feine Sache finde ich gut. Schön. Auf dem Sonntag, was ist denn hier los? Herr Weber, sind Sie Herr Weber? Ich bin Fumi, ich bin unterwegs mit dem Fahrrad und ich fahre gerade jetzt hier bei die Rockers. Ja, die haben mir immer eine Luminade verkauft, ich hatte Durst. Raus an die Luminade. Ich hatte Durst und ich will Barbie mit dem Fahrrad besuchen, da will ich Künstler vorstellen und alles so was man so sehen kann. Die haben gesagt, Herr Weber, der ist immer in seinem Lokal hier, der macht ja heißer Arbeit. Kunststattiler. Weißt du, der warme, der war wir. Kunststattiler, das ist doch verkehrt geschrieben oder nicht? Ach komm mal rein, das sagt der war wir so. Richtig so. Ja komm mal rein, komm mal rein, kalt draußen. Ja komm mal rein, komm mal rein, komm mal rein, komm mal rein... Drei, drei, drei. Untertitelung des ZDF, 2020 So Herr Wigo, ist ja schön, dass Sie mich mal einladen in Ihrem Atelier. Sie haben ja ein bisschen was drauf, oder? Ja, manchmal, ja. Wo kommt denn das alles her? Haben Sie das studiert? Ich habe mal gelernt, Steinbildhauer, Steinbildhauer, Stabilhauer, ja, 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 ja. Vor Überdenkmalpflege Magdeburg. Können Sie noch daran erinnern? Da kann ich mich manchmal erinnern. Das Schubladensystem fällt so raus. Und der Rest ist ja da. Was haben Sie da gemacht? Mit der Kamera oder richtig hier? Mit Hand, alles mit Hand. Wir hatten noch nichts. Und Mai sind Sie heute noch? Ab und zu ja, Aufträge. Gibt es sowas noch? Ja, gibt es noch. Manche können Sie das noch leisten. Von Järten oder von der Kirche? Meistens ist es, die Idee ist von Järten, aber... Die bezahlen du zur Kirche. Herr Weber, ich habe gehört, Sie sind auch Maler und Tätowierer, ja? Maler und Tätowierer und Bildhauer und... Kann ich mal eine intime Frage stellen? Wie lange haben Sie denn überhaupt für den Zupf? Da muss man immer schön, da muss der flechten. Und sonst bricht das ab und immer schön Bockwurstchen essen. Auf jeden Fettig, oder? Nee, das wächst besser. Ach so, Bockwurst. Das war eine alte Bauernregel. Bockwurst. Bockfreunde der Bockwurst. Ja, Herr Weber, ich sehe schon, Sie malen hier schöne Bilder von Lemmy, den Krebel. Ja. Ich habe ja gehört, Sie haben hier den Lemmy moduliert. Äh, moduliert. Moduliert, ja. Ja, Sie haben das... Da haben wir eine große Krise. Da war es immer langweilig. Es sieht gut aus. Wie haben Sie das? Sie macht den Bart, das müssen Sie mir erzählen. Der hat da irgendwas erzählt von den Oberschamhaaren. Nee, nee, ich hatte erst mal meine Haare... Wissen Sie, ist ein Brauchst, der muss ja in... Koffi! Und dann mit dem Rasierer. Ja, und dann ist das runtergefallen und dann braucht es immer neue, dann muss ich Arschhaaren annehmen müssen. Das muss ja, verstehe ich mal richtig. Arschhaare! Arschhaare. Piep, piep. Schnell einfach raus. Also sind das richtig echt Ihre Arschhaare, die... Ja, weil... Ja, weißt du, wo die Frauen die Locken haben? Okay, Afrika. Herr Weber, ich finde das mal gut, dass Sie in den Bart so toll hinkriechen. Und Ihren Bart, finde ich auch toll. Was ich sagen wollte, meine Frau Westers will meine Frau überraschen mit einem Tattoo. Könnten wir da was machen? Wenn es was Kleines ist, ist es auf alle Fälle. Kleinen Schaaren... Dann haben Sie zehn Minuten Zeit. Geht das in zehn Minuten? Ich weiß ja, wo meine Uhr ist. Ich wollte eigentlich noch die Kloserung machen, aber da muss ich noch beim Friseur. Haben Sie noch eine Uhr? Nee. Manchmal schon, ich habe eine innere Uhr. Was sagt die? Meine innere Uhr läuft ab. Aber wir haben noch ein bisschen... Ja, die fünf Minuten nehmen wir uns. Aber wenn wir, würden Sie mir eins machen, Künstler Herr Weber oder so? Ich kenne ja so einen Klassiker, was auch was, was geiles. Wo meine Frau sich freuen wird. Oh ja. Ja? Da können wir was machen. Da machen wir was. Das ist doch ein cooler Typ, macht mir ein Video, Junge. Die Zeit. Ein Tattoo. Ja. Bis gleich. Die Zeit. Nehmen wir uns. Ja, Mensch, deine Frau, die wird sich richtig freuen. So was, äh, die hat sie noch nie gesehen. Liebe geht ja durch den Magen, willst du, ne? Gut. So, liegen tut sich an Schut. Oh, Mensch. Den Hosenträger müssen wir noch ein bisschen... Doch. Wie bei den Ladies, sage ich immer schön. Ja, ein bisschen runter machen. Kann ich hier verraten, weil sicher ist sicher. Mach sie mal auf. Safety first. Herr Weber. Jetzt sind Uhrs in Anja. Und tut das, tut das Delle wie? Ich weiß, ob ich mach's mal ab. Ich sage ja, aber du bist ja noch... Ah! Oh, das ist ein bisschen kalt. Ach so. Keine Angst, ne. Wir machen das hin, das tut ja auch nicht weh. Ja? Sie haben wohl wirklich Ahnung jetzt, ja? Ich habe... Sie haben... Viele sagen immer normalerweise, ich kann mir die Kloße mal sauber machen. Aber heute trau ich mir. Aber Sie haben das schon mal gemacht, ja? Und ich bin ja nicht der Einzige, da hier zittert, was? Oh, ich lass mich überraschen. Das war geil. Wir machen ja schön erstmal eine Schablone drauf. Ja. So hat man das früher gemacht. Ja, 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 ja. Stänzel fluid. Oh, meine Frau wird sich... Die wird sich bestimmt freuen, oder? Ja. Die wird richtig, also... Hier sind die neuen Maschinen, hört man kaum noch. Ach, gucke. Alles Computer ist dort. Alles von Apple. So, ich mache es mal einen kleinen Strich, dann weißt du, wie das ist. Au! Molli! Achtung, jetzt geht es los, schönstädig. Und? Merkt ihr was? Oh, geil! War? Das macht die Frauenwelt, macht das auch an. Ich sage ja immer, nicht? Tätowiert und... Piiiip! Was immer. Hat Tattoo-Theo schon gesagt. Theo Vetter, von der Räperbahn. Den kennen Sie, den kennen Sie vorher? Den kenne ich persönlich. Ja, den habe ich damals abgeholt bei seiner Ingemusch. Die Ingemusch, seine Frau, die hatte... Inge oder Ingemusch? Ingemusch. Ingemusch. Die war, die hatte einen Piet, oder? Aha. Die war schwer am trinken, nicht? Ja. Da hatte ich immer von den Carlos hinten, hat die das Bier reinkriegt. Und hat so eine Gummimatte unterlegt, wenn die auch einen Piet, weißt du? Das war ein fein Kerl. Theo Vetter. Sind wir schon fertig, Herr Webo? Gleich ist es soweit, ja. Ich schaue das noch, das letzte E. Ja, da muss es sein. Das war es schon? Das war es schon. Das tut doch nicht weh. Ich muss auch noch zum Friseur. Das merkt man später erst. Ja. Soll ich das mal angucken, gleich oder zu Hause? Sie können sich das ja gleich mit dem Spiegel angucken, dass sie sich da auch ein bisschen freuen. Ja. Ja, da ist ja, dann weiß man ja schon, wie man die Gattin überraschen möchte. Die freut sich. Liebe geht euch mal. Ich mache heute Fisch, glaube ich. Fisch ist wichtig. Kann man das nicht sagen? 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 Oh, das ist ja geil. Alter, die wird sich freuen. Ja, das war feines. Ich mache heute noch Fisch, wenn ich das sehe. Kann ich das in zwei Raten bezahlen? Nein, Sie können mal raten, was das kostet. Ich würde sagen, heute habe ich meine Spendierhosen an. Oh. Ja. Danke, Herr Wehrer. Ja, nein, nicht dafür. So, Freunde. Herr Weber ist echt Künstler. Also, ein richtiger Künstler. Musik, Malen, Tätowieren und Fahrrad fahren. Jetzt ist sie kaputt. Danke, Herr Weber. Danke, Herr Weber. Herr Weber. Ja, aber doch. Wenn Sie ihn einpacken wollen, es ist ziemlich dunkel, aber die Kamera sieht Sie. So. Von Halle kommen Sie raus. Wollen Sie? Ich bin auch nach Halle. Ah, warten Sie, das muss ich doch jetzt. Sie können sich dann ja dann auch Fotos rausschneiden. Ich wusste ja nicht, dass man hier stempeln kann. Nein, habe ich nicht, aber hier muss man sich stempeln oder kann man sich stempeln? Nein, kann man nicht. Das sind 40 Stempel aus dem Selsandkreis. Die habe ich versucht, alle mit dem Fahrrad abzufahren. Das machen Sie richtig. Dann habe ich irgendwo ein Ziel. Das ist jetzt nicht, das Geheft gehört nicht dahin, sondern zu Ihnen sozusagen. Tun Sie mir einen Gefallen, machen Sie mir mir irgendwo an die Wade. So ein Schuss. Entschuldigung, ich habe jetzt die Kamera natürlich weggehalten. An die Wade, klar. Hallo, kann mich mal jemanden filmen? Ich bin hier raus. Ach, kommen Sie. Ich habe die. Ja, halten Sie. Ja. So. Warte, warte mal. Jetzt müssen wir mal filmen. Einfach mal runter. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Dann musst du bis zum nächsten Mal. Ja. Kontaktaufnahme mit Stärken. Und der baut den Rest alles komplett selber zusammen. Obwohl ich von Abschriffung habe will. Da haben wir uns vorher natürlich viel telefoniert. Die Maria Rass und die Fahrrad. Und Sie wollten doch unbedingt ein Fahrrad fotografieren. Sie müssen eins machen. Ja. Das Fahrrad hat eine Besonderheit. Das war, als ich meinen Jungs geschrieben habe, so, wir haben uns endlich über die Farbe geeinigt, weil das ist die Farbe meines Autos. Ja. Das ist so eine Sonderlackierung. Och, deines T-Shirts. Und der eine witzelte dann, ja, ja, jetzt doch pinke Herzchen auf den Rahmen. Na, wartet Jungs. Der ist kein Aufkleber. Der ist handgemalt vom Hersteller. Da unten. Guck doch mal. Die Frau hat ein Herzchen. Das Rad hat ein Herz. Das ist ja ein Herz für, ja, kleine Frauen. Und ich hatte, dass ich heute nicht das andere Trikot anhaben habe. Ich habe eins für Rapper mit so einem weißen Streifen. Und da ist auch ein P-Farm, deshalb drauf gebügelt. Corinna, ich wünsche dir noch viel Spaß heute. Ich höre auf zu quatschen. Ich habe auch noch 90 Kilometer vor mir. Noch 90? Ja, ich bin jetzt 70 und jetzt gehe ich was essen. Und was machst du? Du bist 70 Jahre alt? Nö. Ich brauche ja 70. Mach mal so. Das passt besser. Corinna, einen schönen Tag noch. Ihnen auch? Du musst denn, sag einfach du zu mir. Wir sind doch Fahrradfahrer. Ich fahre jetzt mit der gelben Frau wieder zusammen. Jawohl, Fahrtmann. Ich wünsche euch einen schönen Tag. War schön, euch kennenlernen zu haben. Und ja, guckt mal einfach hin. Vielleicht siehst du dich mal, ja? Bis zum nächsten Mal. Tschaui. Tschüss. So, Freunde, jetzt bin ich wohl hier mit fast am westlichsten Zipfel. Hier, wo die unsaubere Saale in die saubere Elbe fließt. An der Saalemündung. War schön. Fahrer zurück ins Fährhaus. Muss was essen. Das ist so Bescheid. Das ist so Bescheid. Das ist so Bescheid. Wie ist die Welle. Bis zum nächsten Mal. Ein bisschen geht mir die Muffe hier, das ist ja nicht normal. Ich beeile mich, mich immer runterkippen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.